Koordination ist das allerwichtigste in der Periode, denn da verlieren die Kinder meistens Koordination. Tako da, to, rekao sam da je to jedna posebna tema i da o njoj treba razgovarati na sastancima trenera, ali treneri treba da je rešavaju po swoim shvatanjima, po svom raditičanju i po svojim potrebama. Sada nešto o taktici. Jetzt reden wir ein bißchen über taktiki. Opet ono najvapje. Mit taktici ne možemo kopiirati nikoga. Ni koju taktiku ne možemo, koju kopiirati, koju upotrebljavane inkretive, irgendeine Mannschaft benutzt, zakonom kopiranja preneti u radu danasjom. In iš acknowledodnjeh krije u življav0 tanke pustiti. Iš to njeno ašėra prenetinom. Spičkouperjo treba je non Spičkouperjo treba je prenetinom krije neunčiojno. Apričkouperjav8 prije neunčiojno prenetinom. für ihre besondere Mannschaft. 50. Jahrhundert war der Mannschaft und das war kein IZU, das war der IZU, das war der IZU in Frankreich. Das war der IZU, das war der IZU, das war der IZU. Ich habe das von ihm gesehen. Und wir haben das nicht mit dem Zentrum gespielt, sondern mit einem EZU, 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 und mit einem EZU. Wenn wir schon über Mode reden, werde ich Ihnen ein Beispiel geben, aus Spanien. Ich weiß nicht, wie Sie wissen, aber in Spanien gibt es ein Zentrum, aber in Spanien gibt es ein Zentrum, Romani, und dann ist er, als ein Journalist, als Reporter angeht, zwei Meter zwölf groß, und dann ist er, der große Kurs nicht mehr so viel Zucker, und das schlug der 60, an der zweiанный Sekunden haben wir schon über das ist, Der ist ein Zentrum, der der unsere Repräsentation, vor dem ich es so erledig war, nicht mehr und ich soll das drinnen. Es war der klassisches Zentrum, das der Kurs nicht, oder der Kurs nicht. 20, 20, 28 Punkte und die ganze Repräsentation ist auch eine Zuhalmannschaft an einem halben Spiel. Der reale Redoblust ist häufig ein Urteilvergutiger und effizient und er war effizient und am Kopf, sehr gut gelehrt, und in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, da man sich in die Mose in der Praxis rausgehen und bloßstellen. Ich muss noch sagen, dass mein Verstehen ist, gegen dieses Rauskommen des Zentrums. Nicht nur zum Rausgehen zum Block, sondern auch zum Rausgehen zum Helfen der Aufbauspieler, den Baller über die Mitte Linien zu bringen. Wenn er die Hilfe des Zentrums braucht, dann muss er die Hilfe des Zentrums geben. Der hat dann vom Trainer gefordert, und dann muss er die Hilfe des Zentrums geben. Und dann muss er die Hilfe des Zentrums geben. Und was ist passiert mit ihm? Ich nehme ständig diese Hilfe des Zentrums. In seiner Bewegung, in seiner Bewegung, und er hat den Ball direkt in den Kopf geschlossen, und er hat den Ball nicht mehr fangen können. In der Bewegung, und als er bis zu seiner Position gekommen ist, hat er einen Balancenbarn und immer weniger und weniger Körbe erzielt. Als er in Saragos kam, hat er eine große Herausforderung von 4 bis 5. Er hatte einen großen Herausforderung von 4 bis 5. Er hatte einen großen Herausforderung von 4 bis 5. Von einem so einen großen Herausforderung. Das ist auch nicht das Einzige. Warum sollte man das dein Muleweg machen? Wenn es etwas zu tun ist, wenn es etwas zu tun ist, dann ist es sicherlich kein Problem. Aber warum sollte man das? Trener muss man kraten sein. Und alles, was er macht, muss man sein. Es ist gut, dass eine gleiche Taktik immer wieder von Jahr zu Jahr, jedoch auf mehreren Varianten. Das könnte auch für die Verteidigung, wie auch für den Anglisten. Bei den Kollegen der Trainer, die an der gleichen Uni arbeiten, der Trainer jedoch ständig bei dieser gleichen Taktik und jedes Jahr wird er den Fähigkeiten seiner Spieler angleichen. Ich hatte das Glück, dass ich in einem Jahr in Amerika mit John Wooden und mit John Wooden in den College-Feiners gegangen bin. Und in den die Verteidigung, wenn er in die Verteidigung gewonnen hat, als ein Wunder, als ein Wunder. Als ein Wunder, als ein Wunder. Er war in der Zentrale. Das war in der Zentrale. In seinem College? Ja, und er hat noch nicht gewonnen. Und wir waren sie Meister? Ja, ich bin selbst. Aber in den letzten Jahren, wie werden Sie das Ziel spielen? Bez, ohne zu spielen? Ja, ohne nachzudenken. Nein, nein, nein. Und wir werden mit ihm eine besondere Taktik haben. Und wir werden mit ihm eine besondere Taktik haben. Und wir werden mit ihm eine besondere Taktik haben. Und jetzt haben wir wieder die gleiche Frage. Sollten wir diese neuen Spielern wieder kaufen? In unserer Taktik-Zinn integrieren? Oder sollen wir die Taktik im Interesse des besseren Ausnutzen des neuen Spielers ändern? Universitäten, was haben wir gesagt haben, dass sie nicht mehr als die Taktik haben. Und sie sind nicht mehr als die Taktik. Sie sind nicht mehr als die Taktik. Sie sind nicht mehr als die Taktik. Es gibt doch immer wieder von Taktik. Und in der Taktik, würde ich sagen, es gibt auch noch viel mit Taktik. Es gibt auch viele Taktik. Es gibt auch zwei Füge und bei Füger nach unten. Und jetzt müssen wir daran denken, trainieren, wenn er zwei, drei Jahre lang durch und früh nicht arbeitet. Er kann sich nur darauf, die Spieler herzubringen, die seine Taktik entsprechen. Aber ja, wenn ich bin, kleren kann, was wir spielen. Gut passen, das ist das Beste. Aber jetzt können wir das nicht immer. Ich bin, kleren kann, was wir da haben. Ich bin, kleren kann, was wir da haben. Wir haben, was wir da haben. Ich bin, kleren kann, was wir da haben. Und es passiert. Mit dem Kommen eines neuen Spielers, wir müssen unsere Taktik ändern. Und wir müssen ihn an diesen neuen Spieler orientieren. An diesen neuen Spieler orientieren. Wir müssen hier, dass individuelle Fähigkeiten einzelner Spieler in der Basis unsere Taktik sofort schon verändern. Wir hatten einen Spieler, der, 6. oder 1. Jahr war Mischowicz, bis nach Japan war, war einer der besten Schmerzen unserer starken damaligen Jugoslavischen Rieger. Er war nicht in der Nationalmannschaft. Es war nicht wie ihr, dass ich ihm das nicht gesagt habe. Ich habe nie gesagt, dass er das nicht spielen darf. Ich habe nie gesagt, dass er das nicht spielen darf. Ich habe nicht in der Nationalmannschaft gespielt. Es gab ein anderes Problem. Wenn er in der Nationalmannschaft gespielt hätte, hätten wir unsere Spiel seine Fähigkeiten unterstellen müssen. Und er zumaligen Nationalmannschaft hätte es nicht so ein gutes Resultat. Ich habe nicht der Sie in der Nationalmannschaft gespielt. Ich hätte nicht mehr, dass er in der Nationalmannschaft hatte overlapiert. Ich hätte, dass er nicht in der Nationalmannschaft hat möglich sein. Er konnte nicht in der Nationalmannschaft die Spiel mehr aufregelt. Ich habe nicht in der Nationalmannschaft gespielt. In solchen Situationen viele solche Spieler ausnutzen. Jetzt haben wir ein anderes Problem der Trainer heute. Das ist die Kommunikation. Wir werden Ihnen das jetzt erklären. Bevor ich das tue, sage ich Ihnen, dass ich sehr gerne darüber nachgedacht habe. Und eines Tages passiert es, also letztes Jahr war das, dass ein Fußballtrainer aus einem großen Verein mich angerufen hat und sagt, wir sind bei einem Trainermeeting. Die Frage stellt, was soll ich in der Trainerarbeit am allerwichtigsten? Er hat mir gesagt, du musst nicht sofort antworten, weil wir so sehr diskutieren. Das ist ein sehr ... Was das wichtigste ist für einen Trainer? Wie soll ich darüber nachdenken? Und es Ihnen dann sagen. Ich hörte die offene Leitung und die Diskussion damals. Und ich sagte, ich will gar nicht darüber nachdenken. Ich werde sofort antworten. Ich werde sofort antworten. Und noch einmal Ruhe. Und ich sagte, die Kommunikation. Und jetzt muss ich, dass Sie wissen, wie es das Genie sind. Sie sind sehr wichtig. Alle Trainer haben erwartet, physische Vorbereitung und so weiter. Und die Auswahl der Spieler, aber sie haben nicht erwartet. Kommunikation. Und ich glaube auch, dass Sie das nicht erwartet haben. Das allerwichtigste für den Trainer ist die Kommunikation. Und jetzt die Reihe nach. Kommunikation mit einem Spieler. Kommunikation. 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 mit den assistent-coaches haben. Es gibt viele примерen, bei denen der assistent-coach als schnell ihnen zu helfen, versucht er ihnen ein Bein zu stellen. Kommunikation mit dem Physiotherapeuten mit demjenigen, der die Sachen trägt, ist natürlich auch dieser Mensch, wenn wir unsere Sachen trägt. Sie können eine große Herausforderung sein. Einfach ein, ein, zwei, zwei oder ein sehr vieles zu haben, und den Jobfamilien. Ich habe schon ein Beispiel aus der Praxis in Barcelona, 1973, als ich dort Trainer war. Ich habe schon ein Beispiel aus der Praxis. Sagen wir Betreuer. Habe ich einen Betreuer kennengelernt? Vor über 30 Jahren im Fußball in Barcelona war. In dieser Zeit wurden viele Trainer gewechselt. Ihr könnt ihr denken, was für einen Einfluss auf die Basis seiner eigenen Frau von 30 Jahren habe. Dieser 30-jährige Betreuer kennt diesen Verein viel besser als der Trainer. Was immer er auch sagt, die Spieler werden das akzeptieren. Wenn der Trainer nicht eine gute Kommunikation mit dem Betreuer hat, dann kann er seinen Rücken umzudrehen und gegen uns arbeiten. Wie wichtig es ist, dass der Trainer ein Verein mit dem Sekretär, mit dem Sportdirektor, mit der Putzenrollrollroll. Es ist genügend, wenn sich einer mit der Person auf sie fühlen würde, es reicht ein Akt, der sie ins Negative zieht. Wenn jeder jemand mit dem Telefon an die Sekretärin sagt, sie sind nicht da. Jeder Verein kann gegen sich seine Grenze in keine gute Kommunikation. Vergessen Sie nicht, dass jeder sich kontrolliert. Das bedeutet, dass ein Trainer ein wichtiger Trainer wird von jedem Trainer, von dem Journalisten, von dem Verein, von der Verein, von der Verein, oder von den Fans. Wenn Sie nicht mit der Kommunikation, wenn Sie nicht mit der Kommunikation, wenn Sie das in einem anderen Problem haben, wenn Sie keine Gegenwart haben, dann werden Sie fallen. Nicht wegen Ihrem Fehler. Wenn Sie nicht mit der Kommunikation kommunizieren, wenn Sie nicht mit der Kommunikation und mit den Karten um sie herum, die es eine Menge gibt. Noch eine Sache. Ohne Sache. Das ist alles wichtig. Das ist wichtig. Keine Dinge. Es darf nicht, dass in so einem Grunde Dinge nach einer Weise ein Grund um sie zu führen. Unser Fehler? Denn die Spieler sind wirster und werden solche Sachen ausnutzen, oder dass sie nicht genügend zu respektieren, ihre Autorität nicht genügend. Und so weiter. Dann. Arbeit mit Kindern. Kommunikation in der Arbeit mit Kindern. Wissen Sie, dass mich am allermeisten überlaufen hat? Ich habe im letzten Winter in der Vasko-Verschein in Belgrade besucht. Da habe ich etwas bemerkt, was mich sehr gut aussieht. Ich habe bemerkt, dass die Spieler die gleiche Sätze benutzen, die ich vor 50 Jahren benutze. Da habe ich mit Kindern besucht. Ich habe mich sehr interessiert, bin zu Trainings-Einheiten nach Spanien gegangen. Und da habe ich mit Kindern besucht. Da ist das Krone und das Rd-Rd-Rd-Rd-Rd-Rd-Rd-Rd-Rd-Rd, das ähnlich war. Das ist ähnlich wie vor 40 Jahren. Aber die Kinder hat sich sehr verändert. Aber die Kinder hat sich extrem verändert. Die heutige Kinder von 11 Jahren ist ein Weltkind. Das 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 ist nicht ein falsches Wort. Das macht unsere Verteidigung schwer. Wenn die Trainer nicht darüber nachdenken, ist es klar, dass die Trainer nicht darüber nachdenken. Die Trainer werden die ihre eigene Autorität verletzt. Die Autorität der Trainer muss für ein Kind von meinem Herzen sein. Die Kinder wollen trener, sondern sie hören trener. Noch ein Beispiel dazu. Mein Sohn war 13 Jahre alt. Wir haben darüber diskutiert und ich habe etwas gesagt. Wissen Sie, was er mir geantwortet hat? Das stimmt nicht. Er sagt etwas anderes. Das stimmt nicht. Für ihn bin ich nicht der Trainer. Für ihn bin ich nicht der Trainer. Für ihn ist der Trainer. Das ist so und es ist einfach so. Und dann habe ich herausgefunden, was sie trener sind. Aber wir sagen, dass wir mit Kindern nicht verstehen. Wir verstehen das nicht. Wir wissen nicht, was wir für Kinder und ihre Ausbildung sind. Wir wissen, dass sie nicht die Verwaltung sind. Sie glauben in den Trainer. So können Sie in dieser Kommunikation nicht mehr überwärteren. Und Sie werden die Verwaltung sehr nachdenken, und jeden Tag verbessern. Das stimmt, was ich gesagt habe nicht einfach ist. überhaupt nicht einfach ist das meister haben sie wahrscheinlich schon über solche sachen reden ich werde ihnen auch erklären das leben auch heute ich habe mich zu viel zeit jetzt habe ich zeit kommunikationen Ich habe noch kein Problem, um in der zirnischen Wissenschaft zu schauen, um meine ganze Welt, um im Russen und Ganzen zu gucken. Ich habe eines, was dieser Delikten nicht benutzen kann. Entschlüsselung. Wenn Sie ein bisschen was bespielen, ich verspiele, ich verspiele, ich verspiele, ich in der Woche mir ansehen. Ich verspiele, ich verspiele, es mit den Trainern zu diskutieren, sie rufe mich da deswegen an. Das, was ich Ihnen erkläre, ist einfach das, was ich habe. Jedes Leben, das ist ein bespielen, 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 das ist ein bespielen. Das ist ein bespielen. Ich möchte mit ihm zusammenarbeiten, mit ihm zu verarbeiten, mit ihm zu verarbeiten, oder gegen meine Meinung etwas erklären. Für meine Meinung sind die Kommunikationen. Das Kompromissieren-Kräner ist sehr wichtig, aber ich habe schon vor ein paar Tagen eine Art, dass sich viele Sachen von jungen oder jungen Vereinfachen-Trädern nicht gelernt haben, und nicht wirklich im Land haben. Und er hat viele Trainings-Methoden mir angesehen, aber auch eine Erklärung, die ich noch nie gesehen habe. In einigen drei Jahren hatte ich einen Spieler-Studenten, Spieler und Studenten engagiert, und er hatte nicht wirklich einen Spieler-Studenten. Das Sozialsoffer war perfekt für ihn, dass er mit ihm was zu studieren. Und er konnte sich vorstellen wie intelligenter Junge. Und jetzt, wo er angefangen hat zu trainieren, das war nicht so, er war ja Spieler. Ich habe gefragt, was ist er für ein Trainer? Herr Müller anschauen und habe etwas gesehen. Er hat das Training begonnen, und er hat ihm etwas erklärt. Er wurde einem Kind aus der Hand weggehauen, weil es auf den Mund gefallen hat, das Kind gesagt hat, aus der Hand. Das Kind hat das Gefühl, es kommt auf einen anderen Tag hin. Er hat das gesagt, was bedeutet, dass das Kind nicht in der Hand weiter eine Verwärts zu halten, das ist wahr. Es geht darum, wenn er das Kind nicht in der Hand eben etwas zu halten, was er hat die Bilder von dem Das heißt, den Ball festhalten muss, dass er sich nicht verliebt. Ich habe mich niemals nachgedacht. Dieser intelligente Spieler, der Kinder gearbeitet hat, hat eine Methode gefunden, die Kinder den Ball festhalten sollen. Das ist gut. Wow. So viel dazu. Danke schön.